history of pcs nice und ich glaube der herr louikowski hat einfach meinen controller mitgenommen der dieb ja der hat denselben und dann dachte er ach ich packe den controller ein, hab ich den controller schon eingepackt ach da liegt der noch rein, dann nehme ich den vielleicht auch noch rein ich habe ja auch noch einen liegen willst du haben weil mein empfänger ist nämlich kaputt und dann habt ihr den empfänger und ich hab den controller kein bock auf b.o.b. jetzt wird gelollt jetzt wird gelollt von den regen in die traufe meinste warte, ihr habt alle keine ahnung na haben wir ja auch nicht alles nix könner mhm okay alles klar die sind main verstehst du das? oh gott da war alles nix schon sehr gut ah keine ahnung da hast du es eigentlich schon zu gold geschafft guck mal wir könnten jetzt zu viert lol spielen was macht ihr? ihr spielt euch aufs schneeberhof wir hören uns erstmal das genieße an von david könnten wir jetzt schön zu viert da rum trollen ja nein david geht aus die top lane macht da den on der on der on der marschel macht uns die kindred jungle oh gott ne ne absolute late game komposition kindred wager nasus genau aber wir schaffen es nicht ins late game die enden dann bei 20 minuten und Bart Bart noch hart mit Bart ich wissen es es ist so ein weggeblinkt wollt ihr jetzt gleich eine runde spielen dann dodgen wir jetzt so spielt ihr habt alle kleine penisse wisst ihr das das so jetzt erklären wir den zusammenhang das waren nicht leute spielen wir uns keine penisse das werde ich jetzt gerne wissen da können wir jetzt mal drauf eingehen es ist einfach fakt da muss ich nicht weiter drauf eingehen nein musst du ja auch das immer begründen können dass das fakt ist ich nicht Cobas logik ja Cobas logik ist nur ist halt nur im auenland im auenland wohnen wir nicht also zählt diese logik nicht so ist das so läuft das hier bei uns im auenland verstehst du das so Kalle wenn probier ich das halt ohne controller dann spielen wir jetzt eine runde was ist das spiel was wir jetzt spielen so ja bist du online dann siehst du ja wo ich reingehe er will mit dem rocket league spiel mann nein ohne controller spiel ich kein rocket league auch so hätte ich keinen look auf rocket league ohne controller das recht nicht ich glaube er meint lethal league yeah er ist auch was mit league also das stimmt oder league of legends stimmt oder league of legends da sind sogar die legenden übrigens seid ihr gerade live und stream by the way hallo wo es hallo 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 Oder seid ihr nur meine Stimmen in meinem Kopf? Ihr existiert wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, so ausgeprägt ist dein Gehirn nicht, dass du mehrere Persönlichkeiten entwickeln könntest. Alter. Dinger, was ist denn heute los mit dir? Ich bin so scheißlangweilig, Mann. Du hast gerade Hass auf die ganze Welt, kann das sein? Ich bin Hass. Weißt du, so kleine Hundewelpen, Drecksviecher, Alter, fickt euch. Einfach weggetreten. Ja, Mann. Das ist so ein kleinen süßen Hamster, er hat erstmal in die Mikrowelle gesteckt. Das hat mein Kollege von mir wirklich gebracht. Ich kenne auch, wie die stecken sind lebende Mäuse in Miklau und so. Der war zwölf und hat seinen Hamster irgendwie gebadet und er war nass und er wollte ihn trocknen. Und er hat ihn halt einfach in die Mikrowelle gesteckt, der Trottel. Weil er dachte, er wird schneller trocken. Herzlichen Glückwunsch. Ich will jetzt kein Liefelig Marshall. Das lustige war, als er da seine Eltern nach Hause kamen, erklärt den Mann, wie die Mikrowelle so aussieht. Und wo der Hamster hin ist. Das spiel ich jetzt gegen den Bot. Das macht ja keinen Unterschied, ob du gegen einen Bot spielst oder Kalle. Du willst aber heute auch wissen, oder? Ja, wenn Kalle so anfängt, dann muss ich natürlich auf den Zug aufspringen. Der nach Ausschwitz fährt. Oh, das darf ich doch nicht sagen. Ich bin ja on-stream. Twitch-Account has been banned. Marshall, was gibt's denn mit dir Neues? Wenn Kalle schon nicht mit mir redet. Hast du meine Frage gestellt? Ich hab gefragt, was es Neues gibt. Und du hast nur gesagt, wir ruckeln, ich spiel, ich spiel, Mimimi. Also, Marshall. Ich muss kurz was gucken. Was ist das denn? David! David! Ich bleib das raus. Oh. Äh, eigentlich nicht viel. Ich wollte halt unbedingt meine 10 Gold haben. Ja, ist worth so ein Flash gegen 10 Gold traden. Ah, und. Und. Ignite. Entschuldigung. Jetzt muss ich hier wieder Sound lauter machen. Ja, nicht viel. Ist irgendwas Neues? Ich weiß nicht, hast du eine Freundin, wirst Vater? Keine Ahnung. Freund, John? Ne, 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 ne. So schlimm ist es dann doch noch nicht. Du hast dich endlich mal zu durchgerungen, äh, zu deiner Weiblichkeit zu stehen. Irgendwie sowas. Boah, bin noch dabei, bin noch dabei. Bin lange lang. Das wird lang lang. Oh, geiler Wort. Zum Glückwunsch. Wort, 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 Wort. Wort, 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 Wort. Ähm. Joa, nun. Hab mir die letzten Sachen bestellt. Boah, krass. Von? Ist jetzt die Frage, ob du die kennst. Kennst du Eid? Was? Eid. Nein. Okay, dann. Ist das so ein neuer Essenstrend? Nein. Warum Essenstrend? Weiß ich nicht. Klingt wie ne Eid. Ja, wegen. Nein, Eid ist halt ein Hamburger, ähm, Mode-Label, glaube ich, oder so. Die so, auch so, Skater-Hip-Hop-Sachen machen. Die hatten auch jetzt letztens ne Kooperation mit Bucketbeans. Die haben echt geilen Shit. Ey, David, weißt du, was mir gerade auffällt? Als Hamburger-Typ kennt man das. Was? Weißt du, was mir gerade auffällt? Mhm. Ich hab mir nix gekauft. Ich denk gerade so, Alter, warum ist schon 900 Gold? Alter, was geht ab? Mit 14 Farms? Easy. Kalle, auf was hast du? Dass man noch ein hat, dass ich unkonzentriert bin. Kalle. Hm? Auf was hast du denn Lust? Ob? Ich spiel kein Buckethead. Oh, ja. Ich glaube, dass wiederh EB制 ist ein leder. Okay. Ja? Vierteb, Donc. Ja, wir müssen das audiovergehen, was das managed zu willkommen sein? Ich habe wiederholt verholt. Monster hat der Wall. Muss ich das für die Playstation kaufen? Äh, David? Auf Antiment hab ich auch voll Bock. Pssst. Warte mal, ist das Ranked? Ja, das ist Ranked. Sag doch was, Alpha. David, das ist Ranked. Auf Biomutant hätte ich auch Bock. Dann heult er wieder. Wir kommen nicht aus Bronze raus. Ach, Kalle, sei du mal ganz ruhig, Alter. Hä, wir wollen zusammen Climpen. Äh, okay, ich bin selber, ich hab keinen Bock mehr auf LOL. Nee, wir wollen zusammen Climpen, aber ich bin so mad. Hm, ich wurde nur Bronze 2 oder so gerankt. Oh, mimimi. Naja, du mich auch. Gut. Warte, habt euch doch... Ganze Season allein gespielt. Na, wieso hast du doch jemanden, der dich da rauszieht? Naja, du mich auch. Klassischer V-Mann. Ich weiß doch nicht mal, wie V-Mann geschrieben wird. Ich... O-L-F. V... Bin nicht Trichmann. Genau. So, so wie Baumann, nur mit V. Baumann, schreit dir zur Tat. Plupp. Alter, als ob der getroffen hat. H-U-R-D. Quatze. Nein. Das ist leider nicht die... Äh, Schreiber von Zentrifuge. O-L-F. 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 Das ist so bescheuert wieder. H-U-N-D. Katze. Nein, das nicht die Schreiber von Zentrifuge. Wie er weggeht. O-L-F. O-L-F. Was für ein Scheiß, Mann. Ach, Kalle. Ich muss hier erstmal... Ex-Aikonatione. Boah, Overwatch könnte man spielen. Ich würde mit dir, wenn sogar, hier mal... Ja, eine Runde hat zu zocken. Würde ich mir mal angucken. Uff. Uff. Du hast Bock auf Hot? Ja. Ex-Aikonatione. Naja... Keine Ahnung. Ich will mal gucken, was da so für Helden so neu kamen. Und einfach mal... so rum probieren. War die Rex oder Level 6? Ja, viele. Ja, viele. Kalle? Ich muss dir was sagen. Du musst dir auf jeden Fall die Rick und Morty angucken. Auf was? Ja. Muss ich das? Ja. Rick und Morty ist halt einfach raus. Rick und Morty ist richtig geil. Siehste? Nee, Mann. Oh, doch. Und siehste das... Siehste wieder, dass es richtig geil ist. David sagt, es ist richtig geil. Cobas sagt, es ist scheiße. Cobas hat keine Ahnung. Also es ist richtig geil. Das ist auf jeden Fall ein starkes Indiz. Hahahaha. Alter, der fickt euch. Ohne Witz. Der hat auch gesagt, es ist ein Trash-Film. Was? Auf jeden Fall habe ich es mittlerweile gesehen, ja? Ich weiß. Und du hast ja nicht gedacht, dass es so ein Trash-Film ist. Ich finde auch nicht so ein Trash-Film ist. Also, wieder. Verstärkt nur meine Akkommunikation. Was, dass was kein Trash-Film ist? Was, was, was? Es. Es, der Neue. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Trash-Film ist. Doch, du hast gesagt, dass er scheiße und schlecht ist. Ich habe gesagt, er ist schlecht, ja. Ja, und dann hast du noch Trash-Film. Voller Trash-Film. Aber vielleicht weiß er auch nur die Emotionalität, die da drin war. Ja, trotzdem hat er gesagt, er ist scheiße. Ja, ist er ja auch. Naja, halt für heutige Verhältnisse ist er... Guter Durchschnitt, vielleicht sogar ein Stück drüber. So, wenn du die heutige Horror-Filme hier anguckst. Fast ein Double-Kill. Fast ein Double-Kill und dann wurde es doch ein Ace für den Gegner. Ja. Und dann kurz, du kannst doch nicht in Ranked-Film. Ich sagte, dass ich ihn fucking gut konzentriert finde. Klar. Mann, das ist Flex. Scheiß drauf drauf. Das ist halt so ein richtiger YOLO-Move. Das ist Flex-Queue. Scheiß drauf. Ja. Ui, dicker Kane ist ja schon draußen. Hm? Deckard Kane ist ja schon draußen. Du bist aber auch so ein Asi und läufst einfach vorbei. Na, weil ich dachte, die kriegte Sinn. Ja, ihr müsst euch grad vorstellen. Die Cichuani krepelt da mit irgendwie 100 Leben am Red rum. David läuft vorbei mit vollem Leben. Sie stirbt, wird executed vom Red. Und David nimmt sich einfach so den Red und läuft weiter. Ich finde, David hat richtig gehandelt. Ich hab auf jeden Fall sehr LOL-Niveau. Nein, denn... Die Cichuani müsste locker den Red machen. Also, wer ist die Cichuani, ey? Wow. Nein. Ich finde, David hat richtig gehandelt. Der hat Cichuani gezeigt, dass die Cichuani halt einfach sich verkalkuliert hat. Das war eher der Fehler ihrerseits. Und, ähm, ja. Es wurden Fehler begangen. Nein, da ist sich keiner schuldbewusst. Ich hab nicht... So, ich muss erstmal update'n. Ich muss mich schon vorstellen. Ich muss mal gucken, welche sind die Free-to-Player, sind neue Free-to-Player, oder? Chromy, Lucio, Nazibo, Ragnaros, Raynor, Uta, Sonja, Sargent Hammer, Muraldin, Kerrigan, Keltuzad, Diablo, Arthas... Oder Keltuzad kenn ich, glaube ich, alle. Äh... Nein, Ragnaros und so kennst du auch noch? Mh, ja. Lucio kennst du auch schon? Ja. Nein, die Passive hat nicht mehr gepuckt. Oder Lucio, weiß ich nicht ganz genau. Oh, Alter, ich hasse manchmal diesen scheiß Blizzard-Client, ey. Hm. Wie sieht's aus? Man spielte mal wieder ne Runde... Ähm... Destiny 2. Ist doch ein schönes Spiel. Ja, die Zeit, die's gedauert hat, war's mega. Aber dann... war's irgendwie nicht mehr mega. Dann war's nicht mehr mega gut. Und dann... hab ich mich in die Hose geschissen. Dreimal. Ja, Alter, was? Ohne Binde. Mitten auf die Straße. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich mein, wie lange haben wir das gespielt? Einen Monat? Zwei Monate? Irgendwie sowas? In der Zeit haben wir halt alles gemacht, was geht. Hatten Max-Fang und so... Bei 305... War's ja, glaub ich, bei Release. Ich glaube echt, ich hab auch schon krass Monster Hunter... Ich weiß nicht. Ich hab auch nicht mal weiter... Und anscheinend sie mal selber eins. Ja, nicht, weil das keinen Spaß macht, sondern halt... Man kann auch nicht... Die Leute hat, mit denen ich noch weiter das spielen können. Weil die halt keine Zeit hatten oder sonst was. Guck was. Bleib einfach ab... Staub. Alter, ja, so ist... Ja, kann ja nichts passieren. Ja, Mann. Der macht da oben auf der Top-Lane... Top-Lane... Links. Ja, dann... Fang doch mal an! Ich muss hier erstmal meine 4 Schüsse verballern, um den Red zu clearen. Äh, den Pink. So. Wake up, Morty. Ich brauch noch Musik. Mach Spotti... Spotify an. Warum stehen an? Wo gibt's hier noch eine Mixtape? Oh, leider... Da. Sonst was geht bei euch am Wochenende. Ich guck mir morgen eventuell an. Chill. Into the Kino. 3D. Schön into the Kino. Into the Kino, ja. Hehehe. Leil. Ne, guck was. Weg, guck was weg, guck was weg. Oh Gott. War hier echt lange anscheinend nicht mehr. Muss ich mich jetzt hier erstmal wieder einranken, oder was? Krieg irgendwelche Porträts. 20 Jahre... 20 Jahre... Dings wie... Aha, was auch immer. So. Könnt's mich einladen? Zack. Kommt gleich die Einladung. So. Wie viel Gold habe ich denn hier? Kann ich mir einen kaufen? Kann ich mir einen kaufen? Flasch. Oben in der Mitte. Achso. 15.000. Könnt mich aber was Gutes kaufen. Ich brauche das. Meil. Ich brauche das. Ich brauche die, auf jeden Fall. Meil. Meil. Sie ist wie hier leere. Was sie sieht platzt. Meil. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Meil genau das Ding ist. Meil. 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 ich habe noch nie eine match gesehen stukov kenn ich auch noch so was muss ich denn hier wo sind meine quests hier ich gucke erst mal quests gibt es überhaupt noch quests gewinne drei aus heute hier absolviere drei spiele als assassin und als warcraft hält also einfach aus kalles links kommt mir jetzt mal ohne dass ich irgendwas gesehen habe irgendein links habe ich mir jetzt mal tag easy ich werde jetzt einfach ganz auf jeden fall das reitier ändern sonst kriege ich hier mega krise ja was nehmen wir denn dann immer die wolke ist immer gut wie lösen wir das problemchen denn ich muss vielleicht mit mädchen assassine und warcraft hält spielen ist beides ich habe übrigens vor zwei tagen auch hat es runtergeladen möchtest du etwa mitspielen wieso hast du die hotz runtergeladen ich dachte ich versuch es mal wieder seitdem habe es nicht gestartet wenn ich ko was hoffnungsschimmer was hat die denn für skins hat die coole skins die sind alle rotz raus die ist auch noch relativ na und so habe ich kaum sie haben immer dieses blaue zeichen die brauch mir nicht auf das ist besser also karl hat nur eine frage hast du echt komm mal hergekommen ja befindet den döscher hagel fesselt gegnerische gegner an mayer zieht sie heran wenn sie zu weit entfernen aha check dein abbild aus und ermöglicht die teleportation es hört sich schon mal so zu lernen ja die ist ne mischung aus valera und sylvanas stoppt die zeit vor einen gegnerischen held und nimmt in die sicht also spielt die gläde beide gläden oder was ich müsste jetzt erstmal hetschen und ist sehr viel fasse in der leitung ich komme aus dem bw 1,7 spitznäste wohnst du in usbekistan oder was ok alles klar also falls ich mal irgendwie was hören sollte dass ein politiker sagt hier besseres internet für sagt es gehört kennt mich noch zu sachsen oder ja ja das ist für sachsen dann sage ich alles klar ihr habt meine stimme es ist etwas passiert hier gerade was sind wir in die mitte runter mitte runter ist sport hier starten jetzt hier oder was ich weiß nicht was denn danach wir sind 20 minuten gerade im match also dauert durch die schlange das meistens wenn doch die ganze zeit rum machen wir irgendwie schweißen denn es nach 15 minuten haben wir doch eh verloren nicht also 17 bis 18 minuten halten wir aber schon durch ich sage dann kack der david noch mal richtig schön ab und dann ich war gespannt was kane kann hier ach warum ist der teller denn nicht dazu gekommen der ist voll lustig der kann heilen mit so teiltränken und so und das lustigste ist aber der hat eine ulti ja der hat eine ulti da liest er irgendwie aus irgendeinem buch vor und schläfert alle um sich herum ein und wen gehts deckert ein gegner oder auch verbündet der ist neu oder nur gegner ja ja der ist jetzt ganz neu ein neuer heiler so auf jeden fall sehr lustig aus in der review wer so ein riesen wälzer rausholt und dann liest er vor und alle bei also eins muss ich sagen das hätte bekommen von mir entlassen auf jeden fall aber sowas von so auf geht ja aber weißt du was das gute ist wir haben nicht den woichschädt beitreten seid ihr vollkommen bescheuert wir haben die echten woichschädt hier reingebastelt mhm die sind doch selbstmörderisch also selbst in lol gibt es jetzt in woichschädt so nur für gruppe äh komm mal runter zu mir hier ja ich muss erstmal hier gerade gucken was hier bringt wo sie schaden noch einer zu da oh man macht das jetzt so ich hab keine ahnung dieses zettel bekommt von mir sowas von ein tipp mit der gangbang alter wie funktioniert denn die die w ich hab keine ahnung also mit die eine sich äh auch ein es ich glaube ich habe das mal ein bisschen was kapiert ja runter das kann ich mir hilfst du musst du mal eine maier fahren Das ist nur das Drittel Ich war die ganze Zeit zu dritt in der Mitte Komm, wir begegnen jetzt voll krass hier EP Quasi EP Ich glaube, ich muss mal runter Alter Ach fuck Die heilt sich irgendwie voll krass, die heilt sich einfach Hat denn der das krasse Schild gerade hergehabt, oder? Die erste Achse hier, lass vorbei runter gehen und dann bin ich die ganze Zeit alleine hier Ja, die ganze Zeit zu dritt hier in der Mitte Ich geh mal hier ab Ich könnte eigentlich hier finishen, ne? Also quasi Dingsrufe Die alle abgeben würden Was ist das schon wieder für ein Spiel? Ich weiß es nicht, weil wir sind ja dauerhaft gerade irgendwie nur am fighten, oder? Nur Das ist ein einziger Teamfight hier Ja Aber die letzten 10 Minuten auf jeden Fall Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße, was ist das denn? Boobers, ich bin auf der Weg Let's go! mach kaputt attack speed ist halt nicht gerade gins stärke hast du schön gemacht ist wirklich sehr lustig ist es unsere ja nice die fähigkeit ist schon echt gut oder ich hatte gerade jetzt schon tausend ad passen bitte kann drunter kommen weißt du was die beste ist so weiß ich gar nicht ich weiß auch nur die kann einmal so ein käfig ich mache einfach gefängnis probier es mal aus das ist ein bock war da jetzt ich hab noch ab hier seine um Dings Gut nimmchen Lass mal das Camp einnehmen Achso, ich hab den gerufen Alter, was ich mit dem Inip mach? Was für ein Inip? Alter, hast du grad wirklich das Cannon-Menion gewonshotet? Ja man, ich oneshot hier grad alles, guck mal, am Inip jetzt Der Crit-Schuss, Achtung Schau mal Ein Magazin, der Inip ist weg Ist das so toll Lass mal in der Mitte gehen Die aufhalten Naja, top gehen Wissen was Reißen hier Probier ich mal meine Ult aus PENTA-KILL! Haha, easy. Also das war ein absolut komisches Match. Oh Mann. Und das Zetschub bekommen. Oh Gott, die Kategorie ist da voll rein, Alter. Kommst du weg? Ja. Noch ein schöner PENTA, Alter. Easy. Ich probier mal meine Holter aus. Was macht die eigentlich jetzt hier? Okay, die sind irgendwie eingespimt. Oh, cool. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich grad gemacht hab. Hm, ich wurde in Silber 4 gewählt. Ich hab ein S- bekommen. Yay. Komm mal, ich glaub doch. Ich geb auch ab. Ja, der kleiner sollte mal abgeben. Ja, das ist okay. Ich bin ja auch quasi nur tot. Brand halt, ne? Aber echt. Noch eins. Noch eins? Jeren. Ich bin ja jetzt. Ja, ich bin ja jetzt. Ich bin ja jetzt in zwei Zeitgeist. Ich bin ja jetzt in zwei Zeitgeist4. Und jetzt in zwei Zeitgeist4. Ich bin ja noch Touch von. Ja, guck doch erstmal wie viel du patchen musst. Easy. Wenn es nicht so viel ist, können wir kurz warten bis die Fährte sind und dann zocken wir zusammen. Verstehst du das? Aha. Die haben aber auch zwei Dinger, die halt wirklich hier bloß machen können. Ja, das ist eine nette Kombi, die wir haben. 500 MB, das geht sogar noch. Na, siehst du. Oh, scheiße, ich muss weg. Aber du kannst mit Maya dich antäuschen, die macht das dann trotzdem, auch wenn du nicht drückst, ne? Ne, was? Na, diesen komischen Schatten da. Äh, doch, der fliegt eigentlich hin und zurück. Der fliegt hin und zurück und macht auf beiden Wegen Damage und du kannst, wann du willst, kannst du den reaktivieren und teleportierst dich zu dem Punkt, wo der Schatten gerade ist. Moment, probier es mal. Ah, okay. Ah, okay, ah, okay, ist so fix. Okay. Du kannst quasi auch im Rückzug, also du gehst ja wieder auf den Punkt zurück, da kannst du sicher auch dann wieder hin teleportieren. Genau. Du kannst jetzt den Unterschied nur von Sylvanas so wissen. Oh, die wollen jetzt die Mitte hier voll belagern. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, das ist das Team hinten im Gefäß, da haben Kleiner und Leaming ein wenig gepennt. Ja, ich muss auch die 500 im Bü runterladen. Ja, ich kann eigentlich so viel machen. Alter, wie viele Spinnen auf der Toplane sind. Alter, scheiße. Ich habe eine Heroes of the Storm. Legendary, äh, legendäre Beutetruhe bekommen. Ich bin einfach auch oben gesäbelt. Kann nicht eingelöst werden, ein interner Fehler ist aufgetreten. Oh, Blizzard, Alter. Du darfst das nicht einlösen. Oh Gott, ey. Das ist ja fast genauso ein Meme wie PUBG, ey. Ich glaube, das ist Switch Prime. Ja, genau. Mal gucken, was ich da drin habe. Orangenfarbenes Regenbogen-Einhorn-Legendary-Mount. Was? Dein Ernst? Klasse. Ich hole das jetzt neu, ich will ein anderes Legendary-Mount haben. Beim Versuch wird der Inhalt der Beutetruhe zufällig neu, dabei ist nicht garantiert, dass die selben Zeit noch erhält. Alter, bin ich gerade weggekommen, ey. Scheiß drauf. Nein. Nein. Uiuiuiui. Los, mein Liebling, mach doch was. Ich gebe bloß hier die Damage-Dial-Rolle. Ah ja, mit der kann es auch richtig gut wegkommen, ey. Mit der Maya, vor allem mit der D und dann auch mit dem E. Ich glaube, was spielen wir denn, Alter? Was haben wir für Timers hier? 16 Minuten. Genau, aufpassen. Nächster Teamfight kann echt, ne? Alles entspricht. Ich habe auch keine richtige Frontline. Also wenn wir dann gleich zusammen spielen, spiele ich Illidan, ne? Okay. Ist das nicht gut? Doch, doch. Auf Illidan main. Guck, was hat denn Hero gemastered? Ist so. Okay, ich kann immer noch nicht erkennen, ob es sarkastisch gemeint ist oder nicht. Easy to play und noch easier to master. Also ist es sarkastisch gemeint? Nein. Scheiße. Ich rasiere alles mit Illidan. Gib mir das ganze Team, ich mache sie weg. Ich weiß wirklich nicht, ob du mich jetzt verarscht oder nicht, ne? Ich verarsch dich nicht. Doch, du musst dich gerade nicht zusammenreißen, dass du mich anfängst zu lachen. Hä? Ich will es schon sehen. Ich zerreiß einfach alles. Alles und jeden mit Illidan. Nee, komm mal. Nee, komm mal. Ja, aber unsere Spinnenregeln. Zum Glück habe ich die vorher noch geholt, ey. Die müssen jetzt so, ja. Die müssen ja eigentlich nur weghalten. Ja, ich habe gerade 20 Kristalle verloren, ey. Ich bin schon gut, Jungs. Ich brauche euch nicht um eure Base rum. Ich bin schon gut. Ich brauche die Witte oder was auch immer hier gerade macht. Das macht ihr ganz fantastisch. Oh, der Marshall-Klassiker. Ich würde mal sagen, machen wir danach den Boss rum. Entschuldig, doch, ihr hättet jetzt gewonnen. Zu enden. Nee, noch nicht genau. Hat sich gerade so angehört. David, ist das... David, ist das dein Ernst? Was denn? Ist das dein fucking Ernst? Was denn? Kalle, dreimal darfst du raten, was ein Hotzi als... Was er spielen will. Achso, Hanso. Ja. Ist gut und Hanso. Dankeschön, Kalle. Der Ultra-Hanso-Main, ey. Ich glaube, Kalle... Ist wirklich so, Alter. Heil und Bogen ist einfach geil. Ich dachte, da kommen welche, aber anscheinend nicht. Ich liebe Pfeil und Bogen, deswegen habe ich in Skyrim immer mit Pfeil und Bogen gespielt. Ich habe gesagt, du hast das kein Geld für irgendwas und hast dir immer einen Pfeil und Bogen aus Holz gebaut. Ja, immerhin hatte ich eine Waffe. Brauch dafür keinen Waffenschein. Dafür keinen Waffenschein. Ganz ehrlich, wenn du einen Pfeil und Bogen in der Hand hast, da braucht man einen Waffenschein für. Ja, hier, 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 hier. Das schaffe ich doch auch so. Schön. Oh, das ist auch das Mango-Liquid. Nice. Oh, Mann. Kleiner, hör auf mich zu blocken, Alter. Also, ich block mal hart hier. Die Scheiß-Fähigkeit heißt halt auch, bleibt ein Weilchen von Deckard. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wie geil. So, musst du den Kleiner schon mal rumsehen? Das hat diese nervige Fähigkeit, dass er einfach wiederkommt, wo er gerade ist. Boah, diese krassen Skin-Unterschiede. Krass. Macht euch bereit. Kleiner, quä. Kalle, würdest du dir nicht vor kurzem Dings angucken, Adventure? Nee. Ich gucke mir Filme grundsätzlich immer so zwei, drei Wochen nach Release an, weil ich keinen Bock habe auf volles Kino. So. Mich nerven dann immer diese ganzen Nerds, die halt sagen, oh ja, dies und jenes und bla. Und dann quatschen die die ganze Zeit den ganzen Filmen, passiert ja keine Szene, wo sie nicht labern. Weißt du, und bevor ich aufstehe und denen die Brille ins Gesicht drücke, denk ich mir, mach ich lieber leeres Kino. Okay. Ich würde sagen, war ein stabiles Game, war Kalle. Ja, ich fand's auch gut. Guck mal, ich hab 39% der Juwelen abgegeben. Das muss natürlich geordnet werden, ganz klar. Hör mal, ich geh mal aus der Gruppe. Ich geh mal aus der Gruppe. Ich hab einen Hintergrund agiert, ne. Ich bin halt aus der Siener. Leidet ihr doch ein. Ma'ef. Adel. Adel. Was wollte denn, Kleiner oder Shen? 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 Ja. Äh, mit dem Panda. Der dicker Panda. Ich spiel Marshall. Ich spiel Marshall. Oh, ich hab einen epischen Skin. Ich mag die Skin habe ich bekommen. Das ist eigentlich ganz gut so. Jetzt bräuchten wir irgendwie noch so ein Lane-Bully. So ein Asmodan oder so. Und dann... Ich probiere jetzt mal die andere Links, die andere Old. Ja, das ist ganz so schlecht. Soll ich full tank jetzt? Ich hab das Rampenlicht von der gesehen, als sie rauskam und dachte mir so, oh Mann, wenn Marshall hier wieder anfängt, Hots zu spielen. Ich weiß gar nicht, was ich auf dem jetzt gleich skillen soll. Ich wusste auch nichts von Mai, hab irgendwas gemacht und hat irgendwie funktioniert. Marshall, dein Mikro. Das ist doch Marshall Classics. Das ist doch Marshall Classics. Das ist echt so. Jedes Mal, wenn man mit dir im Dings ist. Irgendwann kommt immer... Ich entschuldige mich. Was kommt dann? Wenn ich das mal so genau unter der Nase habe. Okay, okay. Und jetzt auf Französisch. Ich will grad sagen... Ja, ich врr... Blöu... Lo... 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 Le Art Men Ich spiel ja gar kein Illidan Ach, sie können ja nur verlieren Können ja nur verlieren Sowieso That game is lost Wo wirst du das von? Was haben die eigentlich für ein Team? Sehr weird die ohne ohne weil die haben so was von von der frontline die so in front die line will ich in team chat wo soll ich hin ich geh nach oben ich geh mit stück kopf nach oben ich weiß gar nicht mehr was was war was machen wir eigentlich was ist das so nach dem kanon jetzt haben wir turmmünze schon eh oben alle also aufpassen 321 oben ist tot da auch nach oben gehen oder ach da war hier hier farming muss man nicht lassen kann er auf zu lassen ich hab den mit dem d muss ich verstehen bleiben doch ich kann das im laufen es ist ein bisschen sehr okay glaube ich gerade nur david zu auch schweiß bar Was hat mich denn jetzt gestandt? Was hat mich denn jetzt gestandt? Skrase So krass als mal denkst du sterf mit chain **** Trinkst du einfach die ganze Zeit nur und überlebst den Scheiß halt Hier oben gehts eigentlich nur ab, oder? ich komme drunter aber das ist scheiße ich habe gerade so gefehlt also hardcore gefällt könnten gleich noch mal versuchen da hat die münzen könnten eigentlich mal münzen abgeben was wir treffen schon killt ihn und holt seine münze und zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir das hat einfach geisteskrank da kriegen wir den echt nicht ja dass die münzen abgeben ja 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 Oh Gott. Oh fuck. Scheiße, hat so gut platziert auf jeden Fall. Nein. Oh Gott. Bam. Der wird schon Krogi, ist aber noch so böse ey. Nein, ist warm. Nein, Scheiße, der hat ja noch die Dings funzt denn. Komm, hoch da, hoch da. Oh fuck, wo ich hingesprungen bin? Nein. Ich bin auch total bescheuert. Ich hab's auch übelst verkackt, dass da noch die Türme stehen. Los, rettet Krogi. Hol die Münzen. Für mich sah es so aus, als würde er noch davor stehen. Und nicht da hinten dran. Bei mir haben die Türme irgendwie gar nicht existiert. Oben ist übrigens Sergeant Hammer. Ich geh mal nach oben. Maschel, ich warte, geh mal zur Kiste, Maschel. Hm? Geh mal zur Kiste. Okay. Alles. Sergeant Hammer ist da. Zu, Sergeant. Oh, Hilfe. Ich komm, ich komm. Ich bin unterwegs. Welche Ulti soll ich nehmen? Das rollende Fass oder die Klone? Keine Ahnung, ich find die Klone irgendwie dumm. Oh, ich hab die jetzt mal genommen. Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, wie die... Oh, okay. Wie funktioniert. So old. Scheint anders als gedacht. Scheiße. Ja, das ist Campman. Neun Münzen. Scheiße, uns fehlt eine. Er geht noch drüber, das Campman. Ach, hier gibt's ja Mounts. Ich vergesse das immer. Gottlands großes Camp, lass das mal wegmachen. Ach, fuck. Alter, was geht da ab, man? Jawohl. Nope. Hihihi. Alter. Oh, dann schürme ich dich. keine ahnung wie die funktionierte meist die andere hast du genau das da und wenn die raus wollen wenn sie zurückgeschossen die andere die sind die kacke irgendwie die andere mit dem einschließen wir könnten was versuchen ich hab links noch na wartet mal auf mich obwohl ich ja ich gebe zur truhe scheiße da habe ich ein feuerplatz auf dem kopf 3 gegen die die münzen und ich habe nicht alle münzen durchgekriegt da liegen noch zwei können gleich wieder abgeben was er treppen ich komme gleich abgeben oder die machen boss jetzt sehen sie die ganze zeit nicht auf die karte fragt noch aus der neuen münzen ja 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 das merkt man gerade voll dass wir keinen dämpoli haben wir haben nichts was irgendwie mal ich würde nach oben gehen ich würde mich nicht mehr so ich würde mich nicht mehr so ich würde mich nicht mehr so Die wollen abgeben. Unglösch. Die geben auf. Nein, da haben sie nicht alle geschafft. Scheiße. Die geht ab, die geht ab. Ja, ich will mir auch. Aua. Ich bin auch fast tot, oder? Unglösch. Ehrlich. Schade. Mit Backboarden. Geh zum Camp hier. Kommt zu euch. Oh fuck. Deckabgain. Die haben 19 Stück, also die müssen sich verspüchen. Deckabgain will abgeben. Wie die mich halt eiskalt ignorieren, Alter. Das ist... Wir haben halt auch nur CC was. Die strotzen halt vor CC. Dieses Riesendreieck, was bewegungsunfähig macht. Das ist so krass. Ich hab mich halt eben eiskalt ignoriert, aber einfach zu euch durchgerannt. Ich konnte halt nix machen. Ich sag jetzt deswegen nämlich zum Beispiel mal das Fass. Das ganze Team muss auseinander drücken. Aber was soll's? Wie gesagt, kann auch kaum irgendwas kaputt machen, weil die halt alle so tanky sind. Wenn wir zu fünft gegen die spielen, dann kann's gehen, aber ich hab irgendwie gesplittet. Ich geb ihn gleich wieder ab. Ich geb ihn gleich wieder ab. Ich geb ihn gleich wieder ab. Ich geb ihn ab. Wir sind grad noch auf der Topseite. Wir haben da oben grad nen Camp gemacht. Wenn ich das hier noch was machen will. Deswegen. Ja, Deck hat keiner zehn. Die müssen alle hier. Ich glaube wir haben genug! Hahaha! He! Er hat doch gerade eben schon die Lava-Welle gemacht. Mhh hab ich mich auch konntet. Ach, stimmt. Auf Level 20 kann er mehrere Aufladungen davon haben. das war's hatten halt irgendwie null schaden sie kommt ja gar nix an das ist einfach die leute die leute laufen uns einfach weg haben sie sie und mobilität ich meine die war fliegt uns einfach weg muradin springt uns einfach weg wir können uns nicht bewegen wir haben auf jeden fall eine gute konstellation der kate kane der stellte einfach als eine heiltränke auf und wenn es 20 wird dann zieht sie sich zurück wenn sie spurt er hatte der welt der schicht alter wer zieht denn da immer an seiner dampfe der dave niemand wie so ein geisteskranker alter klar und ich meine löschen meine löschen jungen und brauchen das geld ne ja meine ohren aber noch nicht so alt dass ich taub bin äh erzählst ja meine ohren noch nicht so alt dass sie taub sind dass ich den scheiß nicht höre verstehst du manche um zum sparen das war ja ich jetzt noch so schick ich vielleicht aber ich mufata warum kann ich eigentlich in der abbrechen kann ich auch nicht ja ne kannst hab mich nur gewundert aber wir haben das wir brauchen irgendwie noch richtig nimm mal Illidan ok Moment ich nehm da das ich hab da auch Bock oh das ist nett das ist ein netter Kombi zumal ich kann dir schön Mana geben die soll die mink skin alter was ist das denn den hab ich doch mal in minks bekommen den hab ich mir nicht extra gekauft oh lol ja so hässlich das ist richtig dumm ja ich fände den richtig geil knappe hülschen was los ah dann geht dann okay nur deswegen hab ich diesen scheiß skin weil knappe hülschen und so ne und das erinnert mich immer an Mila Superstar ja Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama genau deswegen Volleyball vor so Wind Alter die haben ja auch das sieht ja auch schon sehr ekelhaft aus was die da haben mehr als genug Damage ich werd sehr viel Spaß ja ja Kovas wünsch ich viel Spaß und Schutten come over here ah die Map ist cool die mag ich ich weiß kann ich mal achso könnte ich nicht musst du lesen und Gibt's da einen Baron? Nein Boss meins da? Ne Baron Baron sieht aus wie ein Riesen-Cleaner sehr nett mit was wir eigentlich gerankt werden 100 100 300 100 gegen 500 699 629 aber 132 na weil wir 4er da wird unser Level nochmal verdreifacht so wie was kann kleiner denn überhaupt das ist der Hook aha ok Entschuldigung boah mal gucken ob ich das mehr da aber noch kann ja blöd wirst du bestimmt hier mal in der richtige Randale 3 2 1 auf post BAM oh F acuerdo ich will es nicht wohl gerade Flashen Hier unten ist irgendwie keiner Oh Gott Sind alle in der Mitte Das geht schon dermaßen auf den Sack, der Dreieck, ne? Ja, das ist doch dermaßen riesig Also gegen den hier unten kann ich rein gar nichts machen, ne? Also... Ja Kommt zu, wir haben tausend Leute hier in der Mitte Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich hier den Tower nicht halte So, Burgers, voll drauf jetzt Und weg Ernsthaft Ernsthaft Lass mich auch alle in Ruhe Oh, dieses Dreieck, da ist ja Öl Zardam nerven, wa? Oh, lol Was? LOL Hotplate outsmarted Ist das heute echt weggekommen? Ja Der scheiß Hook nicht getroffen Schade Alter, wieviel CC dieser Deckard Cain hat, Alter, das ist zu krank Nein, da war... Minion Ey, dieses... Was hat der denn da... Das ist echt egal, ne? Ich muss mal back, ich brauch Mana Sprengköpfe Ich muss den, den Dude da mal irgendwie aufhalten Wer weiß das? Der kann sich einfach wegpuppen Was ist das für ein Scheiß? Alter... Ich komm's halt auch nicht mehr raus Alter... Ich weiß nicht, was ich machen will Oh, lol... Nein... Nein... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Das ist wirklich sehr schwierig Ich weiß nicht... der hat geklatscht da noch mal ich versuche alles er sollte dich eigentlich mich nein scheiße 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 ah fuck ah es wird langsam noch meine old alter und dann ja sowieso weit behind ein level ja guck dir mal die bot lane an eigentlich müsste da der ragnaros hin und nicht ich oh gott manchmal verdrück ich mich halt immer sehr suboptimal alter ja ha 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 kobas du warst zu fett ja hast du dvp gerade abbekommen aho hey oh dankeschön dankeschön ja hier ist so einfach hier ist so vorbei hier ist so vorbei hier ist so vorbei hier ist so oben liegt doch noch eine nuklearwaffe oder nee die kann erst so das sind einfach nur die und als nächstes erscheinen glaube ich ja ich habe seit ewigkeiten ich die magi müssen mal ein paar camps machen bei uns ich komme halt so nicht die die belangenen ohne ende die jungs ohne ende Ja, okay. Nein, 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 nein! Ohi, 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 ohi. Ohi, ohi. Scheiße, schau mal. Komm hier hoch, scheiße. Ich geh mal nach oben da. Scheiße, ich hab die Schulter. Oh, ne, das hat halt... Er sagt, Ragnaros hilft mir doch. Ich weiß nicht, sei in Ernst. Er kommt, sieht zwei Leute und geht weg. Scheiße, ich bin im Marsch. Was war das denn gerade für'n Kack-Move von diesem Eierkopf, ey. Okay. Guck mal, das klopft da oben. Ich weiß nicht, wenn ich die Arme kenne. Aber... AAAAAH! Bam. Der Kisti. Der Kisti. Fast geschafft, Alter. Fast down gegangen hier, die... ... Einer muss jetzt hier oben irgendwas tun. Ragnaros beispielsweise. Der dafür eigentlich da ist. Oh, ja. Oh, ja. Haben wir hier einen Aussichtspunkt. Bin jetzt als Glascanon. Ja. Oh, ja. ... ... ... ... ... ... HÄH?! Das... was? Komm hierher gehüpft, komm hierher gehüpft! Nein! Ich wollt' nicht juken. Ich wusste aber nicht, was ich machen sollte. Ey! Das war irgendwie eine komische Aufteilung. Hm. Ich hab' wieder das Gefühl, wir haben null Schaden. Ich versuche den Schaden rauszubrettern. Naja, gleiches Problem wie vorher. Wir haben fast null CC. CC! Oh, ich finde... Denkst du, das ist echt schwül. Wieder so pasta. Oh, Jungs, Alter. Ja, bei Malta, ey, musst du aufpassen. Ja. Bereitstellung abgeschlossen. Die Spornpapierer wird von Ihnen in dieses Genar geben. Das Feuer wird euch leidt. Ja! 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 Wählt ein Talent! Ja! Ja! Also, der ist auf einer Base, ja. Nein. Nein. Ja, da hat echt noch keine auch gar nicht Comeback is real. Alter, was ballert der denn da? Baller ich zurück, mein Freund. Ah, Flix ist auch relativ. Ich geh jetzt gleich für den Flash Hook. Scheiße, die komm ich nochmal. Oh, okay. Oh. Und der Mufatakalus ist den kill, alter. Hehehe. Boah, wie feind der ihn auch schmeißen. Ja, Mann. Er schmeißt dann über die halbe Map, alter. Ja, dafür kann er nicht steuern, wen er schmeißt. Äh, plopp. Ist das ein fucking ernst, alter? Allee, ist das egal. Mann, ich hätte die anderen so gekriegt, ey. Wäre das 4 nicht gekommen, das hat mich so gemerkt. Warte. Wie viel dieser Dude aushält, ey. Ich weiß nicht, was unser Ragnaros macht. Gebäudeschaden. Steht die ganze Zeit nur dumm rum. Sie gut, sie gut. David, wo? David ist tot. Immer Rest. Ripp, David. Ich komme, um euch zu helfen. Gut. Was ist denn manchmal das so Wurzeln einfach nicht machen? Nein. Ach, komm, alter. Flankieren die mich hier noch, ey. Der Ragnaros hat es gerade nicht mal geschafft, diese eine Kerrigan zu töten. Kerrigan könnte ein bisschen krass sein, damit die 5.000 Schilder herstellt. Aus dem Kovac, du hast 7.000 mehr Schaden gemacht. Ja. Ja, ich habe mir 2. Juuu, brrrr, brrrr. Juuu, brrrr. Ja, übertreibt auch. Vielen Dank, Spiel, das wusste ich nicht, dass ich tot bin. Der Feind greift unsere Tymadelle an. Habt du es nochmal gesagt, sie sind tot. Ja. Ich muss ja aufmachsen, die muss schon von dem Spiel liegen. Sie sind jetzt tot. Oh Gott. Ja. Alter, da machen die einfach Backport und zack zurück und ficken uns. Finde ich sehr gut. Da war ich echt zu greedy, Alter. Das war dreist von dir. Ja, ich habe mal ein Auto bekommen. Ja. Wollten sie mich so dringend haben und dann einfach so, naja, nein, leider gar nicht. das für alle das war so toll ich habe mich einfach mal selber jetzt will ich mal was mit der mensch jetzt will ich nichts so fettes spiel jetzt sehe ich mal auch eure eure helden die ihr spielt ich habe gerade als ich kleiner gespielt habe ich alle nicht gesehen aber viel zu fett ich jetzt mal hier irgendwas braucht noch irgendwas was reingeht ich gucke mal so einen klassischen klassischen ist denn dieser scheiß alte sack kommt ein weilchen und hört zu lieblings charaktere die haben ja ein bisschen geändert hör mal kurz meinen kühlschrank raiden ja dieser moment wenn gaming sprache peinlich wird aber brauchst du gar nicht raiden du hast noch all die drauf also kein loot ist vorhanden muss erst bis nächsten monat wieder warten bis die id vorbei ist so was kann denn der hampelmann hier bitte bitte ohne bei der spezialisierung gibt es halt auch keinen da gibt es denn weiß nicht tofu ne ist aber nicht für dich gemacht aber warum ist eigentlich kubas weg der muss doch eigentlich nur nach hinten greifen oder nach vorne da masturbiert nebenbei so hofer david du enttäuscht mich nicht mit der tor ich bin tor in the main tor in the tor in the die sind wenigstens nicht so krass drauf und der tschuld nicht mit 500 und 600 ja kackt uns wie wir bekanntlich am meisten ist seitdem nichts ist ja aber schon trend irgendwie noch dass man eigentlich im bolsch hätte irgendwas drücken oder keine ahnung kann er erst mal hier verlassen durch dass ich mich ganz halt hier so jetzt gibt es erstmal ein schönes salami brot und dazu gin tonic alter übrigen ich habe heute sich eingefragen hast du nicht noch die auf den kühlschrank ne ne ist heute resettet achso cool ja haben wir gleich einen guten loot rausgeholt ja ja doch so mit wem gehe ich denn zusammen jetzt haben wir ein bisschen cc wenigstens obwohl wir haben viel cc kann hat ja auch großen jetzt auch der alte sache ist gekauft gold oder für geld gold doch was love gold komm her kur bei die block bei die block aua 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 hoa hat er ziti schen alter ja mann er ist kuh denn dreins denn mein weh noch denn mein eh noch die ziti schen hier am schüssel hat er hier hat er Hier ja, da weiß ich auch nicht. Probieren wir uns auch keine Mana da. Ja, auch nicht. Oh, ich brauch auch kurz Mana. Der ist Mark. Schön. Eis durch Doppelkirchen. Was macht? Das ist das. 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 Ah, ich hab leider keinen Mana. Oh, nein. Ah! Oh. Das gibt das nicht. Das war so close. der gärtner war schon bescheiden ich weiß er war schlecht ich kenne es so Alter Weißte Rande und Hätte er jetzt nicht viel geheilt wäre er schon mal reingegangen in die Base, Alter wär mir egal gewesen Mit Tyrone, Anubarak und Dicker's Gähne Er haut halt mit seinem Stückchen zu Alter, das ist aber schon echt ekehaft irgendwie Kombo Weiß ich die Dicken mal? Ja Die sind alle irgendwie oben so Ja die machen die Dicken Achja Q trifft ja gar nicht Dings Der Monster Wer soll ich das nehmen? Wo ist das nehmen oder was? Ja du hast den stärksten Escape Ja Dann machen wir schnell mit Oder? Ich komme Ehhh Oh Gott Immerwitz Vorsicht Ein Wunderheuer zum Leben Gut gemacht Das Wunderheuer wird sich auch die gegnerischen vorstürfen Achso jetzt hat es einfach Okay der anreizt genommen Gut Dann halt so ne Ja Ohohohohohohohoho Ich kann übrigens nur Heiltränke schmeißen, ja, da müsst ihr ein bisschen selber drauf achten. Marti, ich bin da. Moment, ich hab gleich wieder... oh Gott. Die beiden Heiler hier, wie die Deppen. Ah, ich hatte kein Reingeh-Tool. Wie er dachte, Alter, wie er dachte. Weißt du, hier Komi Lowlife war scheiß drauf, Alter, der ist so geplatzt, eh. Ich geh mal weg, Alter. Brauchst du einen Mana? Ja, aber, achso. Gibt's, aber Mana gibt's nicht, ne? Ich geh mal bei, äh, nach unten. Ich geh mit. Zehn Mana pro Teil. Ach, der hat das Pferd. Äh. Upp. 5 die kürzelt mit mehr schaden okay wir hatten erst das lustige ist jetzt haben wir halt ultimativ cc oder das geile ist ich setz halt jedes mal auch noch meine time dings drunter das heißt er ist dann dann nochmals dann noch drei sekunden und vor allem stillstehende leute hat chromie sehr gern der kommt dann einfach überhaupt Ich muss aber auch weg, ich habe keinen Maler mehr. Obwohl wir hier für den Gegenangriff rechts nochmal. So erstmal einschläfern wie wir uns hier. Was hat denn der eigentlich auch wenn der Volt? Ich habe wirklich was wegdrückt. Wo wollen die denn hin? Die kommen ja gar nicht mehr vom Fleck. Ach, Blümchen. Kann so einer doch schnell sein. Okay. Wirklich? Die haben hier Vieh. Nein. Ich halte sie auf. Ne, war schon pass. Naja, was will ich hier? Der Typ leitet mir schon. Da kriegt doch die Frosse. Aua, ja, ist ja in Ordnung. Das gegnerische Underheil ist nur nichts weiter als... Der Mann ist schon mal schnell. Ja, ja. Kommen wir, geschwind mein Kind. Komm, wir. Es hat den ganzen ganzen Gang festgehalten. Einfach so, nope. Ich bin noch nicht in der Reino. Der war. Der war's. Der war's. Oh, wow! Aja! Was ist das? Was ist das? Ich hab keinen fucking Mahner, man. Dann hätten wir ihn nur töten können. Bei mir ist gerade Leben am Limit, ey. Mir ist gerade echt Leben am Limit. Komm her. Zwei Heiler. Ja, ich komm. Ich leg dir schon mal einen Heiltrank hin, der, wenn er so fett ist, dann heilt er mehr. Ich leg gleich zwei Stück ein, Pfeifen. Aua, okay, ich bin tot. Die Sau. Nicht schlecht gemacht. Das dauert aber auch mit dem Buch, ne. Das ist ja jetzt nicht gerade so geil. Ja, aber ich kannte die halt noch nicht. Nein, der Typ hat gerade dafür gesorgt, dass ich gestorben bin. Oh, weil er ihn da rausgezogen hat. Gehenlack. Äh. Der Boss ist am Start. Er ist ja komplett explodet. Also, ich weiß nicht, irgendwie, entweder Moradin ist kacke. Der weiß ja eigentlich, wo er hin soll. Der weiß ja auch mit Schucker, ey. Er ist ja auch mit Schucker. Er ist einfach so roundet. alles klar scheiß drauf hier rauskommt im sache stehen aber was ich mit diesem schokal macht auch was er mit mir macht da kam ich jetzt irgendwie nicht mehr raus wenn du weg springen jetzt geschafft das nicht da ist übrigens ein boss für die pflanze ok ich wäre reingegangen aber da kann scho dagegen objektiv ist schon irgendwie kacke ich bin ja weg zu halten von den steck das nicht und jetzt bitte mit der röschbaut hier und ich bin ja 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 Das mit dem Rand ziehen, Alter, das ist halt schon... ... ätzend. Egal. Die Pflanze macht auch seinen Job. Wie schnell das Vieh halt ist. Ist schon alles kaputt? Da steht noch mein Geist! Da! Er wird doch so lange stehen, bis du ihn woanders beschwörst. Ja. Gleich komme ich. Geht einer von euch toplanen? Ja, ich geh mal kurz. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Was macht denn ein Ulti? Alle. Ich schläfe. Ist halt okay, um Leute rauszunehmen, aber... ... jetzt hätte man nur, bis sie einmal Schaden bekommen haben, glaube ich. Das ist gut. Das ist gut. Die füllen sich mit der Zeit einfach wieder auf. Also die bleiben liegen, wenn ich sie nicht irgendwo anders verspöre. Alter! Hör, was hat der drüber? Ach, hier mal Pflanzen. Kein Lecker mehr runter? Ja. 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 Ich könnte ja gleich noch die toplanen wollen. Ich bin ja mal hier mitgekommen. Die Weiler. Voll die Abbirnen hier. Ich hatte schon mal unseren Rückweg. willkommen willkommen was ist denn da passiert ein komisches dreieck wenn mehr als zwei Hilden drinsteht macht die 200 Prozent der Schaden das ist doch drei drinstecken ich meine ich habe meine Ulti-Drops mein eh dein dein komisches dreieck das ist echt okay ein komisches Mon-Projekt hier macht jetzt 120 mehr Schaden 120 Prozent das war cool das war cool Alter dieses CC-Chain ist ja unnormal gewesen ey hey was geht 30 Assis 30 Assis 37 Prozent des Schaden sind die Käpt'n als Tür-Under-Support Tür-Under ist schon heftig definitiv deswegen spiele ich dich auch so gerne äh und Support mit denen du noch was reißen kannst ordentlich ja die sind gut macht gute und sie hat nen Bogen ne und die hat nen Bogen ja die hat nen Wogen stimmt das ist ja äh ausschlaggebend so komm mach mal ne schöne gute ohne mit'n Pistat ich hab mich gerade eben erwischt wie ich auf der Lane stand und gelastetet hab aber der der hat keine CC der hat keine CC der hat keine CC das sind doch die Chain die Chain da erleben wir auch gerade noch nen Tank zu spielen der CC hat aber was ETC Johanna da gibt's ja schon genug boah ETC wär lustig das wär richtig lustig wo ist denn ETC ach da oben wo ist denn ETC ich spiel schon mal ETC ich spiel schon mal ETC kein Felsbad oh Jannah ja echt krass Jannah schon allein die Frostring-Ulti mit dem Dreieck in mein Fall langsam Marshall Marshall einfach rein tutututum noch irgendwas was böllert richtig böllert und in K-St nein nein ich meine du Jannah war schon richtig denn müssen wir noch irgendwas kriegen was richtig böllert ne Carry Gun okay das also ich hab seit Release Jannah nicht mehr gespielt mit ist auch nicht so lange her neun was man kann in der Warteschlange keine Kisten öffnen warum das denn dumm weil es was hab ich eigentlich hier kein Reittier ich will kein Pferd ich will die magische Wolke ich will Menschen das Schlacht aus was hab ich sonst noch so obwohl ich hab ja hier was aus der Kiste gekriegt das muss das muss genommen werden hier zack wer extra hier was aus der Kiste ihr Schenkel kriegt was das oder das was hast du denn aus der Kiste ihr Schenkel gekriegt? soll ich den magischen Sternenwagen nehmen oder den Jupiter Sternenwagen der magische Sternenwagen nein ich sag Jupiter David du entscheidest Taylor, Moon, Jupiter und so äh äh ähm ähm jetzt geht heute noch ich muss mir beide angucken ich muss mir beide angucken du musst noch eine Pro und Kontra Liste aufstellen oder was der Jupiter Sternenwagen der Jupiter Sternenwagen auf jeden Fall du bitte okay dann hab ich auch glaube ich schon aus der Kiste gekriegt ja danke für ihren Support Thumbs up sie brauchen unseren Support doppelbitte Finger da denk auf die Kinder darauf erstmal ein Schluck Wurstwasser und nicht das Wurstwasser boah boah doppelt mit dem Finger was machst du morgen, Marshall? hm mal gucken ich wollte mittags mal irgendwie ist hier gerade Games Week oder so in Berlin da ist irgendwie morgen äh Game Week äh Game Fest oder so in der Nähe von Ostbahnhof würd ich vielleicht mal gucken warum was hast du morgen vor? hallo du ekeliger was denn Bild von Wurstwasser ich hab ja halt so ein Gläschen Bock wirst du jetzt stehen hallo ich muss noch trinken äh alle alle schon ausgedrungen hallo alle ausgedrungen ich hab ja scheiße hier er ist leer ne weil 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 Paolo spielt nämlich auch Hotz dann könnte man morgen eventuell mal ein paar mit das zu 5 sogar machen wer spielt Hotz? Pablo kennst Pablo nicht? Pablo ja Pablo der andere Destiny habt ihr den irgendwie äh Marshall du musst wissen Marshall du musst wissen wir haben so langsam haben wir so eine so eine Gaming Community aufgebaut häck dir und so häck 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 hä seh all Airport bald kommt hier Merch und T-Shirts häckチャ häck 쓰� adds verklagt von von an sie verklagt er ist ein hecke main shirt das wäre schon cool das wäre mein zock shirt auf jeden fall noch geilen hoodie ich würde mir socken machen wenn hecke so eine hecke main boxershort also der hecke main schlipper vorne zum eingriff und hinten auf dem arsch ganz groß der hecke im kopfkino ist real ich guck gerade nach links das unser team und ich wollte gerade schon sagen die haben ja das gleiche team wie wir sollte oh gott ist schon soweit ja das ist gut und da der muradinser 13 das haben die nervt den nervbold hier aber die haben das unsichtbar von nova verändert oder allgemein dieses aussehen von unsichtbar das ist nicht mehr so schwer zu entdecken ja das sieht man mittlerweile richtig habe ich habe ich auch gehört da hat sich malte schon übelst drüber aufgeregt hat auch mal valera gespielt man kann ja hier nicht so skillen wie in lol ich habe gerade strg und q gedrückt aber irgendwie geht das nicht wer kommt mit mir nach oben david lasst uns beide mal zusammen auf den lane gehen das ist bestimmt lustig ich bin so der violin typ I'm the piano ETC Das ist echt, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der ETC Ja, es gibt, bei Muncho bringt das ja was Ihr wollt mit der Action, Allah? Ihr kriegt mit der Action AAH! AAH! It was so close BAM! Und BAM! Ich geh mal hier zu Lucio BAM! 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 Dann mach ich ihn kaputt, gut, habe ich ihn gemacht. Brauch ich hier oben Hilfe? Scheiße, ich bin so gut. Mann, macht damage. Junge, mach doch mal damage hier. Ach komm, du bist doch richtig. Den habe ich schon übernommen. Jetzt stirbt er noch. Glaubst du oben, David? Gerne. Ja. Na die, wir sind jetzt unten alle wieder. Uff. Das ist der Modspiel, muss ich den Skil, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Keine Ahnung. Könnt ihr in den Marschhäuser oben ein Foto reingenommen. Wirst euch jetzt beim Einnehmen beeilen. Scheiße. Oh fuck. Jetzt gleich einnehmen. Ah, doch nicht. Ne, sind zwei Leute. Wie ist das denn? Ich bin aus. Keine Ahnung, Alter. Kalem macht den 3 breit. Äh. Nein, der Hatte ist! Ausweiten. Hier die Motorräder! los jetzt und na hab ich noch na ach so habt ihr gut wats ja mein gott david jetzt wird doch mal stehen ich finde diesen drachenritter so geil da kommt irgendwer zack verpiss dich tschüss aber 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 okay manche hat meinen ring des frostes die sind so gequält hallo die blöde ult eigentlich egal au 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 da war es um das ist die erste nein leider nein Alter, volles Dreieck, alter Todes. Mit 10 hau ich meine Ult. Ich hab noch den Tragen, den Tragen, den Tragen. Ah fuck, sorry. Nee, das meinte ich eigentlich gar nicht, ich hab gerade auf David geachtet. Ich wär auch fast toter. Alter, gebt euch mal meinen Schaden. Gerade läuft irgendwie mit den Skill-Shots. Oh, er ist da. Der echte, der Knoewe. Und jetzt... Jetzt lass sie tanzen, lass sie tanzen, lass sie tanzen. Ich hab kein Mana. Nein! Lade. Ich komm, ich komm Kalle, ich komm, ich komm. Wir... Dings sind wohl... Nein, Kalle! Aua! Nein! Die haben dich weggezogen. Kacke! Ja, wir wollten zu viel da. Oh ja! Ja, wir wollten zu viel. Ich geh gleich nach oben. Ich brauch noch einen Treffer... Ich hab meine Modul-Füllten-Ziel und ich hab meine Quest. Ah, schnell einnehmen, schnell einnehmen. Drei ist halt schon doof. Jaaa... Kannst du nix machen. Jaaa, coming. Kommt mal in die Mitte. Ich bin doch schon. Auaaa! Heee! Na gut. Heee! Also, wo... durch? Okay. Oh Gott. Hat irgendwie brutales Damage geschluckt. Run nach oben. Tumor, dem nervt den. Ah! Mhm, ich bin auch unterwegs. Ziemlich. Ich hab den Scheiß-Mover geachtet. Wann macht doch eigentlich das komische Fiat, was wir hier haben? Gebäude-Damage! ach Gott, ich werde sterben kann ich einmal jetzt kaputt machen neun nein scheiße einer muss nach oben gehen wollten wir auf jeden fall haben bin auf dem weg nach oben uradien ist natürlich hier es kommt es kommt da ist die nova hier nein scheiße das ist die erste keine Ahnung schattieren wir auch scheiße das ist die erste die erste die erste die 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 mitte manchmal die mitte damit du da treffen kannst und machten das andere viele auch ganze zeit warum rennt er mir denn eigentlich hinterher ist doch bescheuert alter also der typ ist so wirst mann stadt der läuft mir halt hinterher stadt dann weil irgendwo bleibt ein spack die ganze zeit die fall doch schreibe ich spreche der verkauft sein 1 getötet Lass mal ein paar Camps nochmal raus Lass mal noch ein paar Camps machen Hier das Was macht eigentlich dieser Komische Vogel von Scheiß Was macht der denn? Okay Wollen wir sehen was eine Version soll Ach Gott was macht Puh Gut gekämpft Guck Guck Ah, shit. Ich habe einen Turm geholt. Könnt ihr euch die Tränke hier nehmen? Das ist ja richtig brutal. Kann einer unten schneiden? Ich bin unterwegs. Okay, da war ich zu weit vorne. Aber wir haben den Drachen jetzt safe. Ich habe den Drachen eigentlich Dings gemacht. Schneller. Kommt mir so vor. Das Ei nehmen. Das ist die echte Nova. Die ganze Tränke hier. Das ist echt brutal, aber der Spaß. Ich glaube echt, dass sie das ein Stück weit laufen. Ich denke mal die Abdeckzeit werden sie noch runterziehen. Weil es dauert nur 5 Sekunden bis so ein Ding wieder da ist. Dann halt nochmal 5 Sekunden. Hm. Dann nochmal 5 Sekunden bis sie halt irgendwie um 75% mehr healen oder so. Das ist ja auch so. Ich guck dir Sand. Warte. Du lululu. 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 Warte mal schnell. Ich habe einen Teile gekauert zu machen. Ich empfäng meine Tränke. Ich habe einen Vorrücken. Ich habe einen Tränke. er trägt oder so sieht oder die Kürze und das ist halt echt gut mit den Trinken Das Spiel ist noch so locker drin, hätte ich aber nicht gedacht. Easy. Oh, 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 oh. Das war nochmal richtig geböllert. Anstrengend. Was? 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 Was zur Hölle hat der gemacht? Da kein Gebäudeschaden. Längste Kill-Serie, 20 Helden. Komm, den alten Gevater gib mir ihm mal Like. Der Duta kriegt von mir gar nix, Alter. Der hat halt wirklich null gemacht. Na, Gebäudeschaden halt. Erstmal Ton aufmachen. Müll. Und noch einen. Ich mag etc. Ich mag etc. Irgendwie nicht. wenn du mir jemanden mit der Händchen halten hast. Ja, aber also nicht so, finde ich, sowas über Anubarak. Ein Spiel Anubarak. Kannst du auch in der anderen Spiel. Kannst du auch in der anderen Spiel. Kannst du auch in der anderen Spiel? klar noch gezielt auf leute die tränke schmeißen macht das mal die ganze zeit nein ich meine so dass es halt jetzt dass ich dann keinen abbekommen mit dem ganzen gerusel ich muss halt jetzt der wird mal zeigen er ist auch ein standard skin für muradin ich glaube immer noch dass du mich absolut träumst du einfach ein krasser du wirst doch gleich sehen wie er dich absolut ich mache mit david zwergen eigentlich könnte karl ein bisschen mitmachen wir denken auch aus größer ist aber so der hat auch irgendwie der bad passt einfach insgesamt auseinander platzen gegen den ganzen augen mal unsere kombi davor alles klar die tyrande hatten wir nicht na oder tyrande dekart hatten wir davor nur da war es so an barack also die haben eine mix aus unseren beiden kombis sie haben eins nicht den kassen wieder da und der war schlecht kannst du gleich in die da sagen wollte ich gerade eigentlich auch schon gesehen es gibt jetzt von kbot animations hier profil bilder ist richtig ja er kommt dann gehe ich mit ihr ansonsten nicht schlimm ist die litarren sagen power of the plane gibt doch eigentlich gar keine wirkliche was stand noch die gegner gewinnen oder was kugel er hat der schlager oder so der sturm schlager vom bult ich habe Angst ich gehe nicht rein der wäre um den 3 Okay, jetzt müsste ich raus. Bist du hier? Ja. Scheiß, ne, ne. Hätte man auch gehabt. Ei, ei, ei. Alter, du Nara. Pass auf, ich geh jetzt voll auf die Nara. Oh Mann, die sei aber weg. Oh nein. Ist das Nova? Ja. Nein, 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 nein. Oh. Ich weiss nicht ob es so schlau ist, dass ich die ganzen Münzen hab? Das ist nicht Ich komm mal hoch Nee, die CC kommt zu euch Oh Gott Kommen alle zu uns? Ich komme auch... War ja klar, dass irgendein Minion mich hier attackieren muss Bei uns ist zuhande Alter, da läuft doch noch mehr zick zack, du Idiot ey Hast du das gerade gesehen, Kuros? Naja Ich hatte gerade meine Augen wo anders drauf Was? 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 Ich auch nicht Oh nein Nein Ah Wir müssen uns zurückziehen Wir haben eh nur 6 Münzen, wir haben 10 Die haben 10 und wir haben 6, also wir müssen die wenigstens abhalten abzugeben Ja, aber die haben jetzt auch 10, wenn die abgeben Ich meine... Ach so, ja ich hab gleich gekluckt Das meinte ich halt Die sind weg Ich komm hier Ich hab grad gewundert, wieso ich vorhin gestunt wurde, wo ich in dem Dings dran stand Und da war dabei war das gar nicht von hier Im Kopf War ja kein Stumpf Ich könnte jetzt gleich... Marschel, Marschel, geht du ab Ich hab noch ein Münzen Ah, schade Mach ich komm nicht weg Mach ich komm nicht weg Aber alter Naja, wir können auch nicht so viel machen Wir müssen nur raus, nur raus, nur raus, nur raus Nur raus Die haben 2 Münzen, also scheiß drauf Ich geh mal kurz B Ah, scheiße Kisten das Ich geh mal kurz Auf jeden Fall zu Deckard hier Oder hier zur Alice Oder zu den Piraten einfach Ja Machen wir rein Ja Genau Schön Dissee, Dissee Dissee Ohja, die Münzen, alle Münzen, alle Münzen Ja und dann los geht's abgeben ja also man sieht die echt die zu einfach hier ist aber und so was ich interessant finde Karl hat gesagt er heilt mich nicht einmal aber er hängt irgendwie die ganze Zeit bei mir finde ich gut ich bin halt im Herzensporter wenn man fällt um die die es nicht alleine können vielleicht liegt es auch daran dass ich das was Avatar oder Kinghagen hin und zurück immer Kinghagen das ist viel zu einfach ich bin zu langsam jetzt hier ist grünzen wir haben 11 stück wir können abgeben ich fliegt direkt da hin eine münze fehlt da vorne ist noch ein camp wo wir das machen wenn du nachkommst wir hätten acht münzen schwebte mal ich werde mal hier mehr münzen abgehen willkommen, passt auf, wartet, frisch nehmt das komplett mit ein da liegt noch eine münze ich gehe dir eine münze abgeben wenn wir das andere camp noch hinnehmen na, Aho und Degard komm da ist Tuchando bei mir ich komm zu dir hoch marschen komm ich komm ich komm ich komm Alter was ich noch grad so überlebe nein ach ich will grad queen wir könnten auch direkt nochmal abgeben wir haben 15 Münzen nein wir haben mehr nicht gebraucht nein wir haben auch was sind nicht die richtigen ach fach Nice. Ok, warte mal, ich geh zurück. Ehrlich. Dann lass mal hier unsere Camps machen. Nein. Scheiße. Moschel, lass los. Ach so. Sie sind mal nebenbei. Moschel, lass raus. Nachdem war die Getöte da. Die Arme, Alter. Da hat man vergewaltigt. Danke für mich. Ja, mal schnell nach hier. Tiff, weiß der das ja wirklich so. Oh. Ich bring's kurz drauf. Da. Brauch nur eine Münze. Bad, schiff. Die Stasper um Köln, äh. Getschaum, die. Ja. Ja. Doch, kein Mahler mehr. Komm, mir, du. Sei gut. Wo ist Blut? Wollen wir mitte? Wollen wir mitte? Das ist aggressiv. Komm, lasst mitte. Oh, habt ihr bock? Ist das halt dabei? Ah, nein, ist das halt da rein. Oh. 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 Nicht tun. Nein, 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 nein. Okay. Stabil. Ihr habt da was aus dem Spiel. Oh, das hat sicher weh getan. Nein. Oh. Wuh. Easy. Oh, ich... Fuck, was ist das? Ich bin nur zwei mal gestorben. Ja. War doch gar nicht so schlecht. Das war gut. Das war gut. Ich hab 40 Sekunden lang Bewegungsunfähig gemacht. Ich hab 27% der Dublonen abgegeben. Und ich bin nur zwei mal gestorben. Gerne. Wurde leider den Frischvermehrt. Tut mir leid. Ich bin davon erkrankt, der neue MVP. Ich bin nur zwei mal gestorben. Mit Illidan. Oh, ich bin null mal gestorben. Du warst aber nicht Illidan, das zählt nicht. Ja, schon funny, der Alter. Jetzt werden ein paar Queues geschmissen. Funktioniert nicht mehr. Ja. Den kannst du mittlerweile fast nur noch auf seinen komischen Strahl spielen. Ja, immer auf den Strahlskeln und du machst das nur meinen Pitch. Ja, du eilst dich und weiss ich was alles. Und Slows und Ees und das. Ich will aber Queue. Ich skill kein E. Ja, geht leider nicht mehr. Ist mir egal ob das geht. Ich mach's trotzdem. Leider total netzlos. Ich mach's trotzdem. War aber Grover. Na, wer hat Lust? Komm schon. Irgendjemand. Äh, leider ein. Ach komm schon. Ich hab'n leider nicht, sonst hätt' ich gemacht. Was ist denn jetzt umsonst? Gab's umsonst. Siehst du, der wird los. Ne, ich kann nicht. Ich hab... Dann Marshal. Du darfst auch der der bewegende sein. Ha, 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 ha. Komm schon. Das ist lustig. Ich hab' eigentlich auch keinen Bocken Tank zu spülen. Ich will was anderes spülen. Ja, dann spiel ich den und du spielst den Mage. Dann bist du kein Tank. Komm jetzt. Mann, einfach Just for Fun jetzt. Das ist jetzt Just for Fun-Spieler. Das hier. Uh. Tier up. Na, wenn du healst. Lass' mir gehen. Ja. Lass' mir gehen. Lass' mir gehen. Ähm. Ja. Sorry, Ron. Hey Lara. Och Mann. Oder soll ich mit dir Showgeist spielen? Jaaaa! Soll ich mit dir Showgeist spielen. Was willst du denn spielen? Willst du Show oder bist du geil? Ja, ich kämpf auf Latschen. Ich kämpf auf Latschen. Alter. Das drück' mal. Ich seh zwar sowieso, wie Cobas sonst ständig und die scheiße latscht, aber... Ich fiel den Shit. Eins muss man Blizzard lassen. Die Idee hinter dem Champion ist echt cool. Ich find allgemein die Champion Designs von Hotz 20.000 mal besser. Da hat wenigstens jeder Held seine eigene Identität. Äh. Also ich mein jetzt nicht Lore-technisch, sondern... Was er... Was er kann. Der Loll wiederholt sich das mittlerweile irgendwie nur noch. Hier hast du irgendeinen Scheiß, der gestackt werden muss. Da hast du irgendeine AOE mit nem Slow. Hier hast du dit, hier hast du jenes. Hier gibt's ja fast keine zwei Attacken, die gleich sind. Ja, das Gute ist, die haben nicht so wirklich tanky. Das heißt, ich kann da schnell mal einen naschen. Ähm... Nee, es ist überhaupt nicht tanky, der schlechter ist... Ich find es überhaupt nicht tanky. Abba-Tour kriegen wir erst zu Gesicht, wenn wir finishen. Nimm einfach... Nimm einfach immer den Rega raus. Das Gute ist, die sind theoretisch auch Personenanzahl ja nur zuviert. So wie wir. Rein theoretisch, ja. Wir hätten noch ein Abba-Tour gebraucht. Shogal, Lieutenant Morales und Abba-Tour ist krass. Komm, wie wo geht. Noch einer weniger auf der Map. Ja, aber dafür ist Shogal fünf Personen und eins. Hatten wir schon. Mega lustig. Hätten wir machen können. Hättest du Abba-Tour gespielt. Wir müssen... Es gibt doch bestimmt noch einen, der supportmäßig unterwegs ist. Der was? Der supportmäßig unterwegs ist wie Abba-Tour. Oder die Gegner einfach so... Slowed oder... Keine Ahnung. So dass man wirklich... Quasi nur zu dritt dort rumrennt und einfach alles wegschnetzt. Da haben wir auch viele Möglichkeiten. Klar, das war das. Das lade ich so auf. Ja, genau. Noch mal erklären. Das war das. Und das war die Gogen. Alles klar. Alles klar. Warum gehen jetzt eigentlich alle mit Shogal auf die Lane? Weil es ist so. Wir werden erstmal gleich hier... Was holen. Guck mal, da ist ein Genji. Der will doch jetzt gleich sterben. Was? Sag mal am besten an, wenn du die Bombe machst. Ach. Was? Bombe. Wollt weiter? Bombe. Ne, ich werde gefokust. Auch... Guck mal hoch zu euch. La 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 laa... La 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 la. To, ist ja richtig schön. Lo... Eh... ja easy was war das gerade bombe was macht der warum geht er da raus alter der weiß dass er ein paar lehrer ist das coolste an schul gehabt ist als auf level 1 und schulter dauer so geil so gab es so ich weiß ich habe die nicht gekriegt danke für ihr support wir empfehlen sie weiter ich bekomme viel dreck schade die haben den damage voll reduziert bombe bombe schade gehen wir mal da hin geh mal rein was ist denn das eigentlich schon mal für den brett ich weiß nicht gerade gab es mal am anfang äh knochenminen oder so ach so knochenminen ist okay ähm ich kann mir irgendwie jetzt weil er auf einmal alles aufgeblinkt hat könnte nur von zweimal aufblinken bombe bei er er 2 1 2 hin 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 Scheiße Wenn ihr vor allem mich gegossen ist Ach fuck Ja sorry ich hätte da nicht außen rumlaufen Das ist doch doof Aber vergess doch nicht mit deinem Weh kannst du dich heilen ja 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 Ich hab das grad die ganze Zeit auf cooldown Also ich spame das eigentlich immer Ah die machen den Boss jetzt da unten Das ist aber auch das letzte Game für mich eigentlich pennen Ja 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 Machen die den Boss da unten doch nicht Ah nein Doch weil der ist doch gar nicht kräftig Er ist halt so flink Ja Ja Dann machen wir den Boss oder? Ja 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 Wir müssen das Ding da Ja Von Bombe Wie ich das alles sieht. Ja, der geht. Ja, das ist doch klar. Ja. Bombe. Alter. Sehr lucky. Ja. Bombe. Oh. Ja. Okay. halt und jetzt habe ich noch nicht sind ohne auf geht's zu ich muss mit euch schlaufen geht so ein bisschen an der stelle beobachter irgendwo der ambush war aber hier seid ihr in der wiener scheiße die ist hemmig Möchtest du nach oben? Genau. Da waren sie grad. Bombe? Ich komme. Ist der hier irgendwo? Ja, ja. Aber ich glaube der ist raus. Lass den Platz mal. Ah! Eine Schade. Lass da rausgehen, lass da rausgehen. Lass da rausgehen. Lass da rausgehen. Oh, schade. Das wollte ich zwar nicht, aber ist auch okay. Lass da rausgehen. Bombe? Was? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ob gefühlt nicht so viel beim getragen, aber irgendwie... Naja. Oh, okay. 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 Oh. Krass, aber du hast echt gut gemacht. So. Kalle, wir gehen da unten rein. Danke. So, gehen wir jetzt rein. Zack. Ist doch gerade einer rein, oder bin ich will? Ich dachte, er wäre hier rein. Ah, ich brauche Hilfe. Hier, hier, da hin. Ja, aber tuft rum. Und, rein da. Ich werde gepostet. Nein. Alter. Und dann sind alle tot. Ja. Der Schlechter ist halt eben auf David losgestürmt und dann, ja. War halt RIP. Denk ich bis jetzt auch noch einmal die Sylvan, hast du gesehen? Ne? Ne, die macht irgendwie die ganze Zeit ja eben das Ding. Ich mach uns jetzt noch für drei Sekunden und verwundbar, Kalle. Ach, ist dieser Lava-Felsen. Ja. Der ist echt cool. Oh, ich muss jetzt hier die Leute rausbumpsen. Lass mal oben bleiben und camps machen. Ach ne, sind jetzt gar keine da, ne? Ah, ne, sind jetzt gar keine da, ne? Alter, wie ist die scheisse Ecke getreten? Ja, man, die haben das halt einfach eben seit der Ecke geprügelt. Marschel, du sollst da weggehen, Marschel, du sollst da weggehen, Marschel, du sollst da weggehen. Ich wollte ja nur nochmal den fiesen Dreck machen, klar. Boah, die haben sie irgendwie echt genervt, ne? Boah, komm, ich war draußen. Ist echt schwer mit der irgendwie... Irgendwie das Gefühl, das wird nix. Weg zu ballern hier. Ich komm gleich. Ich komm auch. Oh, Gott. Nein. Was ist das? Oh, Mann. Kobra. Aber ich te. also nicht solche ausdrücke hier ja das würde deine mama dazu sagen sagen mit dem mund küsse deine mutter also übernimmt das camp übernimmt das camp ich will dort ich glaube sie machen wir ich habe das schon zurückgezogen hat dann wieder hin das war so ein mengen kräume gar zu spüren alter nein Leider nein, leider gar nicht. Nicht so lange ich euch noch rauche. Wir sind schon 23. Bye. Naja. Theoretisch könnten wir doch jetzt einfach da durchlaufen und finishen, oder? Ja, mit meinem Stimboost. Dann bleib mal da in der Base, David, das machen wir jetzt. Laufen einfach quer über die Map und finishen. Scheiße. Mann, Alter, was ist das denn? Ey. Eisbarm. David, David, du bist Red, Rettisch. Oh nein. Ich bin mehr Rettisch. Die können dasselbe tun. Egal, wir machen es schneller. Wo geht's? Meinst du? Ja. Der Regler macht da unten noch Action, ne? David's Call. Warum sind wir abgemontet? Wenn du gerade durch 25.000 Minier laufen lässt. No, jetzt. Jetzt. Da tut Lust, ey. Da liegen übrigens noch zwei Schädel. Und zerstören. Los! Nein! Nein! Los! 2 Prozent! Ein Prozent! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich mach jetzt hier den Stealth. Oh, wie die alle Base geported haben, die Wichser! Das Schild kriegst du nicht runter alleine, glaube ich. Ja, das kriegst du nicht. Ja, das kriegst du nicht. Haben wir denn ein Schild? Ja, der ist ja gerade wieder hoch. Wir müssen wir jetzt verteidigen. Oh Gott. Moment, ich geh irgendwie mit dem Dings mit, da schaffen die das Teil ja nicht. Scheiße. Wirklich. Sylvanas stirbt an diesen Abaturgräfern. Alter, was hat mich denn schon wieder aufgedeckt? Das kann es doch nicht sein, Mann. Oh, ist das gerade ein Trauerspiel? Oh mein Gott! Halt die Mobs auf, irgendwie! Halt du das Camp da unten auf. Jetzt müssen wir nur noch in die Nähe kommen, weil ich habe jetzt eine Fähigkeit, wenn du stirbst, kann ich zehn Sekunden trotzdem noch meinen Scheiß abfeuern. Lol. Okay. Ich lasse mich jetzt. Rush. 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 Verteidige. Ich glaub's jetzt einfach. Och, Mann! Die stehen jetzt wahrscheinlich alle da. Scheiß drauf. Auf jeden Fall stehen die alle da. Geil. Oh Gott. Oh oh. Alter! Na los, Galle! Okay, in der Theorie war das krasser. Nein! Das... Ja! Yes! Nein! Wie sie halt alle zu Fimt in der Scheiß Base stehen, die Wichser! Hahahaha! Solche Hurensöhne, ehrlich! Hahahaha! 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 Oh mein Gott, Alter! Hahahaha! Das war wunderschön! Hahahaha! Hahahaha! Die Wichser, ey! Hahahaha! Ich stehe da zu fünft in der Base! Hahahaha! 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 Träubchen! Hahahaha! Hahahaha! Das war wirklich so so... Hahahaha! Hat das jemand aufgenommen? Äh, ne. Es gibt Replays. Aber die kann man sich... Kann man sich, glaub ich, nicht irgendwo speichern oder so. Doch! Ich hab das die ganze Zeit gestreamt! Aber ich hab's gestreamt mit... ...Pause-Bildschirm. NEIN! Herzlichen Glückwunsch! Hahahaha! 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 Die letzten drei Stunden halt eben... Hahahaha! Die ganze Zeit mit Ton, alles drum und dran... Da steht halt... Hahahaha! Hahahaha! Oh Mann, so... Hät echt nur... Hahahaha! 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 Ist das ein geiler Content, Alter! Hahahaha! Hahahaha! So, ich beende dann mal den Stream!